Jawohl Roger, hier ist die 13 Oskar Delta 157, die 13 Oskar Delta 157 Operator Carsten. Ist das Roger, 18 Lima Victor 025? Alles klar, Carsten, wir haben da wozendlich angekommen. Schönen Abendtag. Hier ist die 18 Lima Victor 025 und Operator des Stelius. Die Stelius, die Stelius. Roger, Stelius, Roger, Stelius, du hattest vorhin mit meinem Kollegen gesprochen, die 13 Oskar Delta 113. Der ist hier ungefähr 30 Kilometer Luftlinie südlich von mir, Roger. Roger, alles klar, den Kollegen, den wir auch hören können, alles richtig. Roger, Stelius, Roger, dein Signal zwischen 3 und 5, Radio 5 hier. Wie klappt das von meiner Seite? Ja. Ich glaube, wir haben hier noch ein bisschen Radio 5, Radio 5, Radio 5, Radio 5 hier. Aber wir haben hier noch ein bisschen Radio 5, Radio 5, Radio 5, Radio 5. Ja, natürlich ein 1 und 2, aber ich glaube, wir haben hier noch ein bisschen auf 5 gekommen. Jetzt ist es nur noch ein bisschen 1 bis 2, ja. Im Moment, äh, mal sehen. Roger, schon gut, können wir doch schon ein bisschen kontrollieren. Alles klar, 1, 8, Lima, Victor, 0, 2, 5, Stelius, in der Nähe von Sela Nuki, oder wie das heißt, 73, 55, das QRM ist zu hoch, das Signal ist leider abgewandert. Äh, ich würde sagen, wir hören uns bestimmt später wieder. Die besten Grüße von der 13 Oskar Delta 1, 5, 7, südlich Hannover, Stelius. Bye, bye. Bye, bye.